Ist das ein Drache gewesen? Ist das ein Schädel von dem Drachen? Ist das ein Schädel? Ist das ein Schädel von dem Drachen? Ist das ein Schädel von Drachen? Ist das ein Schädel? Ist das ein Schädel von Drachen? 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 Komm, hau rein. Du best run. Was ist das? Okay. Erledigen wir ihn hier erstmal. Sogar keine Shops gegen mich. Ich hab Tränke, ich hab alles. Aber der Kampf ist optisch schon mal geil hier. Sehr actionreich die Kameraführung jetzt auch. Was ist denn jetzt los? Slack. Ach, von hier kommen wir ja. Sonst würden hier keine Tränke rumliegen. Ja. Dann müssen wir... Irgendwo müssen wir langen. Ja, wir werden ja dann sehen. Hier schon mal nicht. Hier auch nicht. Hier ist ein Crystal. Oder auch nicht. Und da kommen wir. Ähm... Irgendwas müssen wir hier auslösen. Ähm... ... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...und dann... ...und dann... So ein Joggingausflug ins Nichts. Komm! Hm, das ist irgendwie zu leicht. Wann wirst du endlich kapieren, dass leicht bei sowas gut ist? Aha. Wir sind also locker an... ...an dem Drachen vorbei. Da ist doch schon der Endboss. Hallo, Wien! Sie Raffins Marionetten wollen für mich tanzen. Wir sind keine Marionetten. Das ist nicht, ihr seid gelten. Nein, aber wir sind ganz nah dran. Ihr seid hier, um mich aufzuhalten. Um meine Schreckensherrschaft zu beenden. Wir tun nur unsere Arbeit. Nein, wir haben nicht zu sehen, die hier seid. Vielleicht nicht, aber wir wissen, was... Huh? Ich bin verschwunden. Nein, ich bin nicht. Oh, ja! Pisse der Götter. Neues Ziel, beschädigt. Moment, das geht ich mir durch. Was heißt? Töte, Anirin Horn und Blah, Blah! Ich will ihm hier weh tun. Es geht mir zu leicht. Er verliert viel zu viel, viel zu schnell Leben. Was ist ein Elara? Was ist ein Elara? Ich hab die Should've. Voll! Verdammt! Wir sind nicht alleine! Wir sind nicht alleine! Hey, komm! Schieß nicht! Schieß nicht! Wir sind nicht alleine! Wir müssen einfach nur da in die Mitte reinschießen! Oder wie? Kann's doch nicht sein! Der heilt sich schneller als ich ihm Schaden mache! Versteh ich nicht! Ja, geil! Jetzt versteh ich gar nichts mehr! Oder kann man seine Hand hier anleißen? Nee! Oh mein Gott! Was ist denn der A-Knopf? Der ist wohl ein Witz! Willst du die Witz? Versteh ich nicht! Willst du die Witz! Steh ich nicht! Obwohl Sie die Witz! Die Witz! Der ist nicht möglich! Zweig! Witz! Komm! Komm! Schwer! So, jetzt! Muss ich... Ich werde nicht weg! Wir sind nicht alleine! Komm! Ach ne, Moment, der lutscht von diesem Stein aus. Kann ich den bestimmt auch aktivieren. Und ich drücke einfach den A-Knopf auf dem Controller. Oder? Geht das nicht? Ich weiß es nicht. Moment. Mann, 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 Mann. Komm, das kann man ja nicht mal... ...belegen. Du stehst nicht. Jetzt habe ich die Steuerung invertiert, oder was? Ja. Welchen saugt er denn jetzt? Gar keinen mehr. Ja, geil. Ach, bestimmt Leertaste. Ist doch immer Leertaste. Bestimmt Leertaste, oder? Ey, komm! Ey, komm! Lass mich doch mal die Tasten hier ausprobieren. Ey! Halt mir die vom Leib! Los! Das ist wohl die Leertaste. Ich habe beides gedrückt. Aber wenn das so ist, ist das, glaube ich, gar kein Problem. Geht jetzt nur ein bisschen knapp mit den Heiltränken, aber... So, die droppen ja auch ordentlich. Ich habe mich nicht drüber. Ey, komm! Bisschen chaotisch das Ganze gerade, aber... Scheiße! Komm, wir leben nicht wieder! Und ich helfe dir dann. Im Gegenzug. Guck, jetzt lässt er sich auch viel besser schon beschädigen. Wow! So. Jetzt muss ich aber echt aufpassen. So. Komm, ich bin hier. Ich bin einfach aufpassen. Hallo. Komm, ich bin hier. Komm. Ich mach die zweite Säule kaputt. So, jetzt halt mir die Typen hier vom Leib und ich zerstöre es. Los! Zweite Säule kaputt. Von vier. So. Was ist das? Krasse Kacke. Ey, er zieht langsam echt zu viel. Boah, kein Boah. Oh, krass. Hopp. Stopp. Oh, krass. Das ist das. Oh, das ist das. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. T curest du einfach. Oh, krass. Oh, krass. Oh, krass. Die letzten Reste seines Lebens hier. Oh mein Gott. Komm. Fuck. Wirf. Komm. Eins, zwei, drei, vier. So. Zerstört. Jetzt kommt noch die letzte Säule. Oh mein Gott. Ich muss meine Skelette töten. Die bringen auch Tränke. Ich darf natürlich nicht... Ich darf natürlich nicht zu viel einstecken. Oh oh. Wirf. Dann helfe ich dir auch. Nein. Huh? Ich habe ihn fast. Nein. Oh nein Ey komm Beweg dich Beweg dich Jetzt ist die letzte Säule Und wo holt er sich das denn? Ja dann komm her Das Ding verfolgt hier Komm Das wird knapp Nein Nimm das Fläschchen Etwas chaotischer kann man sagen Oh Beide sind erledigt Oh nein Ja Kriechen wir beide wohl Ja das war's dann erstmal Ähm Im nächsten Part sehen wir uns dann weiter Bis zum nächsten Mal G foolish Der 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 Vielen Dank.